Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Heute werfen wir mal einen Blick auf 36er Displays auf Deutsch. Ihr habt richtig gehört, auf Deutsch. Alle, die meinen Channel schon länger verfolgen und sich insbesondere an die ersten Videos erinnern können, wissen, dass ich immer mal wieder auch deutsche Produkte zu den englischen Produkten hinzukaufe, auch wenn mein Fokus hauptsächlich auf englischen Produkten liegt, weil ich einfach auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre englische Produkte ja bevorzuge, weil sie in der Regel stärker mit der Zeit im Preis steigen und auch deutlich liquider sind, weil mehr Menschen die englische Sprache auf der Welt sprechen, als die deutsche und der Absatzmarkt ein viel, viel höherer ist als bei deutschen Produkten. Nichtsdestotrotz habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder bei deutschen Produkten zugeschlagen und ich habe mal ein paar coole Einkäufe aus 2020 mitgebracht, die ich euch hier mal eben auf den Bildschirm werfen werde. 2020 habe ich zum Beispiel sechs Bund der gleichgesinnten Displays gekauft, zu einem damaligen Preis bei Comic Planet von 124,99 Euro. Ihr könnt auch auf diesem Screenshot sehen, was denn aktuell ein Bund der gleichgesinnten Display bei Comic Planet kostet und das sind 875 Euro. Das heißt, ein Display ist heutzutage mehr wert als das ganze Case, was ich damals, wie gesagt, bei diesem Händler hier eingekauft habe. Ähnliches Beispiel bei den Card Buddies. Einkauf aus 2020. Ja, ich glaube, das waren so die ersten Schritte von den Card Buddies, beziehungsweise allzu lange waren diese auf jeden Fall noch nicht auf dem Markt. Welten im Wandel damals für 124,79 Euro eingekauft. Ja, 753 Euro habe ich insgesamt bezahlt. Ich glaube, ein einziges Display kostet heute auch ungefähr so viel, wie ich damals für sechs Displays bezahlt habe. Aber man sieht, auch bei deutschen Produkten ist was möglich mit der Zeit. Ja, auch deutsche Sammler sind bereit, für diese Produkte einen gewissen Preis zu bezahlen. Von daher macht es immer mal wieder Sinn, insbesondere bei günstigen Preisen auch auf deutsche Produkte zu schauen. Und diese günstigen Preise haben wir meiner Meinung nach aktuell. Ja, wir sehen Preise von um die 100 bis 110 Euro. Ich werde es euch gleich auch nochmal zeigen mit dem einen oder anderen Angebot. Von daher spannend auf jeden Fall auch als Beimischung mal auf diese Produkte zu schauen. Ja, natürlich Hauptfokus. So zumindest bei mir weiterhin auf englischen Produkten. Für all diejenigen, die übrigens behaupten, dass es verborgene Schicksal-TTBs nicht für unter 80 Euro damals zu kaufen gab. Hier ein Beispiel, was eines Besseren belehrt. 2020 10 TTBs von verborgenes Schicksal eingekauft. Pro Box 54,99 Euro bezahlt. Und das auch noch ein Jahr nach Release von verborgenem Schicksal. Also alles ist möglich, wenn man die Ohren und die Augen offen hat. Von daher versuchen wir das auch in dem heutigen Video und schauen einfach mal, was denn für coole deutsche 36er Displays hier dabei sind. Ein cooles Angebot von deutschen 36er Displays finden wir aktuell hier bei Kofuku. Gewalt in der Zeit und Maskerade im Zwielicht im Doppelpack für 209,98 Euro. Und 105 Euro pro deutschen Display. Das ist auf jeden Fall ein feiner Preis, wenn man bedenkt, dass diese Displays ja auch im EK für Händler teurer sind als die englischen Produkte. Und hier ja auch schon sehr nah an die Preise der englischen Produkte rankommen. 105 Euro für ein deutsches Display. Meiner Meinung nach auch das ein No-Brainer, wenn es um langfristige Investitionen geht. Wie gesagt, klar bevorzuge ich weiterhin englische Produkte. Die Gründe habe ich euch mehrmals auf diesem Channel genannt. Auch weil der Durchschnittseinkaufspreis nochmal günstiger ist als der der deutschen Produkte. Nichtsdestotrotz weiß man nie, ob sich nicht ein deutsches Produkt doch besser entwickelt als das englische. Wir haben einige Beispiele in der Vergangenheit gesehen. Wie zum Beispiel bei XY mit Evolution. Wie aber auch zum Beispiel bei Schwert und Schild mit Fusionsangriff. Auch dieses Display hat einen Preis von über 200 Euro eher erreicht als das englische. Mit der Zeit überholen die englischen Produkte die deutschen, weil der Absatzmarkt einfach ein Vielfaches größer ist. Nichtsdestotrotz kann man auch mal mit deutschen Produkten kurzfristig gesehen bessere Renditen erzählen oder auch mittelfristig gesehen als mit englischen. Von daher lohnt sich der Blick. Und wie gesagt, zwei ganz tolle Sets aus meiner Perspektive mit Temporal Forces und mit Twilight Masquerade auf Deutsch für 105 Euro. Das nenne ich auf jeden Fall mal einen cool Power Sale von Kofuku, den die hier als Bundle anbieten. Auch bei Games Island habt ihr die Möglichkeit aktuell Gewalten der Zeit einzukaufen. Hier sogar noch günstiger als bei Kofuku. 102,49 Euro muss man bezahlen, wenn man denn sechs Displays abnimmt. Ansonsten liegt man hier bei 104,99 Euro. Auch Maskerade im Zwielicht hat Games Island im Angebot. 112,49 Euro bei Abnahme von sechs Displays und 114,99 Euro als Einzeldisplaypreis. Von daher seid ihr, wenn ihr beide Displays zusammenzieht, bei Kofuku ein paar Euro günstiger als bei Games Island. Auch ich habe in den vergangenen Tagen mal wieder bei deutschen Produkten zugeschlagen, auch wenn ich das schon wirklich eine längere Zeit nicht mehr gemacht habe. Gekauft habe ich zwölf Entwicklungen in Paldea Displays, bezahlt habe ich 105 Euro pro Display. Und das ist für dieses starke Set doch auf jeden Fall ein richtig cooler Einstiegspreis. Gerne hätte ich euch noch weitere Displays für 105 Euro gezeigt. Gestern waren diese auch noch drin hier bei Gameshop Mali. Ihr hattet die Möglichkeit, fast alle Karmesin und Popo Displays hier für 105 Euro einzukaufen. Den Boxes Investoren habe ich über den Community Post Bescheid gegeben. Maskerade im Zwielicht Gewalten der Zeit waren für 105 Euro drin. Aber auch Paradox Rift auf Deutsch und auch Obsidian Flammen. Also alles Displays, die auf Card Market auf Deutsch schon einige Euros mehr kosten. Und auch Entwicklung in Paldea war hier mit dabei, wo ich wie gesagt mit zwölf Displays zugeschlagen habe. Wie gesagt, 105 Euro für deutsche Displays. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Preise. Kann man auf jeden Fall mal machen, um sich auch davon etwas beizumischen. Wie gesagt, man weiß nie, welches Produkt sich als erstes nach oben bewegt. Long Term Gewinnen statistisch gesehen oftmals die englischen Produkte, aber auch die deutschen Produkte haben Power und können im Preis auch nach oben klettern. Aber auch bei den englischen haben wir aktuell richtig geile Preise. Also wir merken, diese steigen immer so für 1, 2, 3 Euro bei ganz vielen Anbietern. Aber wir haben trotzdem noch sehr gute Preise. Ja insbesondere, wenn man so an Scarlet & Violet Base denkt, was ja auch schon fast eineinhalb Jahre alt ist. Aber auch Paradox Rift bei Games Island zum Beispiel beide noch für unter 95 Euro zu bekommen. Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Preise. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen Video. Einen kleinen Rückblick, was 2020 denn so möglich gewesen wäre und was heutzutage auch möglich ist. Auf jeden Fall deutsche Produkte, eine gute Beimischung zu englischen. Ja, das muss aber am Ende immer jeder für sich selbst entscheiden. Ob man denn beides möchte, ob man sich nur auf eine Sache konzentrieren möchte oder ob man von allem ein bisschen nimmt. Denn es gibt ja zum Beispiel auch noch japanische Produkte, wo aktuell sehr, sehr gute Chancen da sind. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare. Kauft ihr euch deutsche 36er Displays? Wenn ja, welche sind für euch aktuell der beste Pick? Das würde mich mal brennend interessieren. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Sage bis bald. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Ciao, ciao.